Hallo! Wir haben auch so ein Projekt jetzt gemacht. Perfekt. Wir haben so ein Wachstum. Wir haben uns noch auf allen aufgemacht. Wir haben uns noch aufgemacht. Wir haben uns noch aufgemacht. Ich habe es nicht. Was haben Sie denn? Was haben Sie denn? Ich habe eine Linie. Aber das zeigt mir jetzt. Schau Sie jetzt. Das sie das heißt. Äh, nö, nö, nö. Ich hatte die Krise in Fünfzig. Ich glaube, ich hab auch nicht gesagt. Ich sitze da, nicht. Und heute nun. Nö, ich brauchen mal den Koppel. Vielen Dank. Hier kommen die Mannschaften, wir haben auch nicht eine Veräßung von Althorn. Und das ist der Wettbewerb, der Eintracht hier auf der Dichtstau-Antwort. Unterschied zwischen der Regierung ist das im Wald, das ist die Wanderseilbrüder gewesen, und die Eintrachtin und Lukas Fische. Zurufe. Aber ich muss ja gerade ein Foto machen. Ich verstehe. Was für die Füße ist, und ich gebe mal bei den Mannschaften einen riesigen Applaus, denn auch das sind die Abo. Wir wollen ansonsten, ich merke, wir wollen sehr gut auf, dann wird das was heute Abend mit einem tollen Spiel und vielen Toren. Und auch der Hinweis ist, dass die heutige Ereignisse im Film, der Möhrer oder Mottoreindrativ für den Jugendbestandgeld, der für den Medienabahm, der nicht zu halten, die 100,000 Ereignisse, auf uns und weiter, wie ich die Ereignisse antwille. Also wenn Sie heute Abend mit jemandem, mit dem Sie nicht unter Kameraden kierten, dann wird die Ereignisse, ein paar Minuten. Alex, wenn ihr die nur eisendet habt, ist es nicht so gut, wenn ihr die nur eisendet habt. Mein Chef, der ist ja nicht so gut. Der ist ja nicht so gut. Wenn sie groß angewiesen werden, dann bitte auch ein paar. Der ist ja nicht so gut. Die Marke saß jetzt schon nicht begrüßt, der ist so. Der ist so gut. Der ist so gut. Der zieht euch nicht so gut. Der zieht euch nicht so gut. Wie geht's da an so? Jetzt geht's da. Schmerz. Ja, es fehlt ja was. Jetzt bleibt alles wieder. Jetzt sind gerade noch alle. Seht ihr das? Ja, wie geht's dir nicht? 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 Immer noch ein Weg. Ich bin schon zu durch und äh... Ich bin schon zu durch. Ja, das stimmt natürlich. Du bist ja auch in der Föder. Der kann in die Föder stinken. Das ist nicht auch in die Tiefe. Zwei Jahre haben. Zwei Jahre haben. Zwei Jahre haben. Zwei Jahre dreißig. In die Tiefe, in die Tiefe. Oh nein. Das ist ein größer Paarer. Ja, ja. Genau. Jetzt werden alle wieder ein wenig. Das war's für den Garlanker vom Pferdauer, meine Freunde des Prinzen. Und jetzt kommt die nächste Hälfte. Mit der 5. Jens Bohr, mit der 29. Tobias Semmel, mit der 7. Christian Strasa, mit der 16. Dennis Kappelmann, mit der 33. Thomas Riesel, mit der 8. Hattel Torakai, mit der 37. Alain Westmeister, mit der 28. Niko Buss. Mit der 9. Jens Bohr, mit der 3. Mit der 16. Christian Strasa, mit der 25. Hattel Torakai, mit der 13. Matthias. In Engel, mit der 23. Herr Kühe, mit der 4. Rhein, Indisch, mit der 11. Hattel Torakai, mit der 14. Rhein, Indisch, mit der 11. Hattel Torakai, mit der 11. Hattel Torakai. Ja, ja, Ballergenieck, ja, genieße ich. Okay, alles gut. Nein, Spaß! Unser Ebenfänger hat jetzt vielleicht die Spanke gehabt. Keine Ahnung. Ich bin natürlich nicht begeistert, aber es ist ein bisschen schwierig. Ja, ich bin nicht begeistert. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Gibt es nicht? Ino! Ino! Oh! 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 Maradona! Oh! 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 Attacke! Oh! 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 Ich bin seit 15 Jahren mit Angriff in unserer Wallenburg und er hat die Mitglieder in den Anschluss gemacht und den begrüßt er natürlich ganz, ganz herzlich, Günter Wickel! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!